Ja, meine Damen und Herren, also meine Vermutung, die ich heute Nachmittag im Video geäußert habe, die hat sich auf jeden Fall bestätigt. Der kleine Vormarsch der ukrainischen Armee im Süden, also an der Grenze zwischen den Regionen Donetsk und Zaporozhye, den ja die Westpropaganda auch zelebriert hat, als ob die ukrainische Armee schon kurz vor Moskau stehen würde, nachdem sie ja ein paar Dörfer in der Grauzone eingenommen haben. Und diese Offensivoperation in diesem Gebiet ist nun ganz klar zum Erliegen gekommen und gestoppt worden. Und ganz im Gegenteil, melden jetzt die russischen Militärblogger Gegenangriffe von der russischen Armee und es sollen auch schon die ersten Positionen wieder zurückerobert worden sein, unter anderem auch ein Dorf, welches vorher die ukrainische Armee eingenommen hat und jetzt versucht eben auch die russische Armee den Status quo von sozusagen vor Beginn der Gegenoffensive wiederherzustellen. Aber ob es jetzt gelingt oder nicht, spielt in dem Fall jetzt keine große Rolle. Man kann auf jeden Fall schon ganz klar konstatieren, dass die russische Armee auch diesen Angriff abgewährt hat, dass auch dieser Angriff der ukrainischen Streitkräfte wieder gescheitert ist, also dass sie auch hier wieder einmal nichts erreicht haben. Auch sehr bezeichnend ist, wie ich finde, dass ja bekanntlich schon eine Woche diese Gegenoffensive läuft und während man noch vorher große Töne gespuckt hat, man wird irgendwie die Stadt Togmark und dann sogar die Stadt in Militopol einnehmen, die Landbrücke dann zur Krim durchtrennen und so weiter, feiert man nun eine Woche nach dem Beginn der Gegenoffensive die Einnahme von ein paar verlassenen Dörfern in der Grauzone, wo es ja übrigens auch noch lange nicht klar ist, wie ich eingangs schon erwähnt habe, dass sie sich überhaupt auch dort halten können. Also ich sage es auch nochmal, ich wiederhole es nochmal, die Gegenoffensive ist noch lange nicht vorbei. Die ukrainische Armee hat noch lange nicht alle Reserven eingesetzt, die dazu zur Verfügung stehen und da werden sicherlich auch noch viele Angriffe kommen. Also ein paar Wochen wird das sicherlich noch mindestens andauern. Bislang allerdings hatten sie mit ihren Angriffsversuchen noch keinen Erfolg. Mal sehen, was sich noch in Zukunft dazu einfallen lassen werden. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.